Oder später Hier gibt's im 3D-Remake Eine anstrengende Egel Nein Ich kann euch auch was zeigen Das funktioniert im Remake nicht mehr Wir sind schon mal als Link hierhin Warten ganz brech Und Halt dich fest Weil der so hoch gespawnt wird Hält er sich dann fest Wenn er sich verwandelt Im 3D-Remake tatsächlich nicht mehr so Ich weiß nicht, ob sie das entdeckt haben oder so Aber Chapeau So Ja, ihr nennt mich Cheater Jawohl Jetzt hab ich's geschafft Ach nee, hier ist ja gar keine Tür Ich hab grad gedacht, ich muss das machen, um zu schwimmen So, einmal Zuuu Kein Buben Es ist nicht ein Bug Es ist ein Zukunft Ein Zukunft Ein Zukunft Boah, Max Im Ernst Hast du schon mal was von Englisch gehört? Oh, ein bisschen Hm, ich merk schon Nein Ich weiß die Antwort Direkt hab ich das erste gelesen, wusste ich So ein neuen Leihfräsel Ja, sobald ich den Lichtpfeil hab Mal einmal Kompass, bitte Da geht der auch im 3D-Remake nicht mehr Hat der Marcel auch versucht Pff War Da kann ich nicht mehr rein Oh, Mann Geht ja nur noch an so leuchtenden Ecken Und beim Boss Von mir aus Vor allem, weil Marcel das entdeckt hatte Die Eck hat mich früher übelst Nerven gekostet, weil ich das echt schwer fand So Einmal hier alle Sonnen durchprobieren Wir wissen zum Glück, welche wir anstrahlen müssen Oh, Grinsebacke Oh Gott, aber hier sind Gegner Oh Gott, aber hier sind Gegner Hallo Wow Ping direkt mal aufregend hier Ja auf jeden Fall find ich auch Wer das Spiel kennt, der hat auf jeden Fall leicht Er hat auf jeden Fall Vorteile mit dem Spiel Na, schaffen wir es noch, bevor der Tag wechselt. So, nicht. Geh weg. Ha! Ausgetrickst. Ja, man hat gereicht. Sehr schön. Das ging schön schnell. Ich glaube, hier ist keine Feen mehr, aber wir proben lieber mal. Au! Au! Nur ein Zwacken. Und auch nur ein Zwacken. Nehmen wir aber mit, weil haben ist besser als nicht haben. Ab jetzt. Ach, steh ich nicht so an. Ich finde es schön, dass im letzten Tempel auch nochmal alle Masken benutzt werden. Ist auch richtig ordentlich. Autsch. Jetzt. Nein! Nicht hier. Überall die Hindernisse hier. Nicht hier. Ne. Aber jetzt. Oh, drübergerollt. Mit welchen, welchen... Meinst du die kleinen Schwarz? Achso, du meinst hier die Fake-Geroden. Ja, alles mit dabei. Fake-Geroden. Schön, Takeru. Da freu ich mich, dass du so schön viel schreibst gerade. Achso, äh, hier. Crazy Luigi, die Antwort ist natürlich Monika. Denn seine Tochter ist Monika, der vermutete nicht Lulu. Äh, nicht. Oh. Was haben wir? La, 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 la. Nicht Lulu. Leute, es ist Monikas Vater, der... Also wirklich. Da gab's auch komische Rätsel. Fernsehkritiker V hat das so super auseinandergenommen. Hey, findet ihr nicht auch Rückwärtsflug? Super. Seems good, Max. Und ab geht's. Swoosh. Yes. Ah. Nummer 6. Nummer 6. Oh, und hier. Was sind deine Hose? Wer hat es gesagt? Wow, so und so sieht die Maske vom Garo im Gradilmusik aus. Nein! Nein! Und erwischt. Nein, nein! Link, du Trottel! Link! Gott. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor dir, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Berührt das heilige, goldene Licht, das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Himmels, so trifft eine neue Ordnung Kraft. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond dagegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte. Nun gehe ich dahin, still und ungesehen. Dies ist das Gesetz der Garos. Das stimmt, Takeru. Also Breath of the Wild ist es ja jetzt echt. Da muss man schon taktisch auch was machen. Echt, der absurd. Folgt mir auf Twitter, dann seht ihr das. Der Luigi kann davon ein Lied singen. Lichtpfeil-Action. Boah! So? Sehr schön. Und raus! Hier nehmen wir auch direkt noch eine Fee mit. Ja, meine Breath of the Wild Spans. Ja, meine Breath of the Wild Spans. So, Odyssey werden bestimmt auch noch welche kommen. Da stelle ich mir auch ab und an mal doof an, wenn ich ehrlich bin. Alter, neues Majora's Mars wäre cool. Aber das kriegen sie nicht nochmal so hin. Ich glaube da nicht dran. Na? Dritten Phase. Wie hast du mich genannt? Hast du genau gehört. Ja, aber ich habe keine Capture-Karte dafür. Tut mir leid. Es tut mir auch echt leid. Wer ist er? Ja. Ja. Nein! Mach mal nochmal. Das war peinlich Hätte besser laufen können Aber gut, geschafft ist geschafft Hallo Und Zack Haben wir jetzt auch schon mal geholt Nun gehen wir noch mit in die beiden anderen Räume Ich weiß, dass Jaden das gestreamt hat Aber ich kann das nicht machen Und Hallo Tickso Einmal noch schon guten Abend Oh! 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 Ah, okay, no. Oh! 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 Ich darf ja wohl! Oh! 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 Jetzt kann mich es bei verbunden haben. Ich Merci nicht! Stopp! Oh ich Activate jetzt den Trade. gehabt, aber zum glück haben wir uns hier hingestellt. Kann ich so tun, das hätte ich nicht vergessen. Obwohl das glaube ich nicht mehr so den Unterschied gemacht hätte. Doch, ich glaube schon, tatsächlich. Weil es region-spezifisch ist. Ja, hab ich mal gedacht gehabt. Weil es region-spezifisch ist. Ich hab auch schon Wolfi gekauft. Das ist doch von Europa. Von Europa. Wenn jetzt jemand hier zu Besuch wäre, dann wäre es übelst Assi. Achso, ja, okay. Ich bin froh, der wird genau zu dem Zeitraum da. Okay, das wäre aber irgendwo nicht gehabt. Ja, aber es ist ein Spiel, deswegen kann ich nur noch verziehen. Ich bin froh. Guten Appetit. Und aufwärts! Nein! Ah! Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, leide, es ist wiederum so schwer. Also nicht verscheidbar. Ich bin froh. Ich bin froh. Ja, aber ich wollte nicht mal hatten. Ich bin froh. Ich bin froh. Ihr seid übel, ja? Ich bin froh. Ich bin froh. Jetzt bin froh. Ich bin froh. Ja, die Schatzkiste noch. Und dann machen wir uns auf in die erste Stadt. Oh, na? Das ist einmal mein Bruder und einmal unser Kumpel. So, 10 Feen haben wir. Das müsste es jetzt hier vorne erstmal gewesen sein. Da habe ich mir die Risse nicht geholt. So. Das ist bei mir geflüchtet. Gestern schon.